Heute ist es mal wieder an der Zeit, euch 5 interessante, schicke oder auch sonst irgendwie coole Produkte aus der Technikwelt zu zeigen. Das letzte Video kam wirklich gut bei euch an, auch hier würde ich mich natürlich wieder über Feedback freuen und damit legen wir auch direkt los. Viel Spaß dabei! Wir beginnen mit einem Lightning-Kabel vom Hersteller Aukai. Ihr wisst sicherlich, dass Apples Originalkabel mittlerweile unfassbare 25 Euro kostet, aber dieses Kabel hier zeigt sehr gut, dass man sich das Geld definitiv sparen kann. Denn für nur 6,99 Euro bekommt man ein qualitativ sehr hochwertiges Kabel mit MFI-Zertifizierung. MFI steht für Made for iPhone bzw. iPad usw. und bedeutet, dass das Kabel von Apple geprüft wurde und dass es vor allem aus technischer Sicht allen Anforderungen entspricht. Das Kabel ist mit schickem Stoff ummantelt, die Stecker sind sogar aus Metall. Farblich gibt es die Auswahl zwischen Schwarz, Weiß und Gold. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, ihr kriegt für diesen geringen Preis ein Kabel, das besser ist, schicker aussieht und länger hält als Apples Originalkabel. Den Link zu Amazon findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Weiter geht es mit der sogenannten Hip-Disc. Das ist eine externe SSD, die per USB 3.0 angesteuert wird. Wir haben hier die 128 GB Variante, aber natürlich gibt es die SSD auch mit Mehrspeicher. Das Interessante ist hierbei die Silikon-Außenhülle. Die lässt sich nämlich einfach wechseln und somit schnell durch andere Designs austauschen. Gleichzeitig wird natürlich das eigentliche SSD-Gehäuse vernünftig geschützt. Im Inneren werkelt eine Samsung EVO 850 in Form einer herkömmlichen 2,5 Zoll SSD. Somit haben wir hier einen schnellen und auch qualitativ guten Flashspeicher verbaut. An dieser Stelle schauen wir natürlich auch einmal auf den Speedtest. Die Hip-Disc ist nun per USB 3.0 mit einem PC verbunden und das hier sind die Werte. Absolut anständig. Die Hip-Disc ist also eine schnelle und funktionale externe SSD. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung zu finden. Nummer 3 sind Kopfhörer vom Hersteller One by One. Für nur 20 Euro bekommt ihr hier echt ordentliche In-Ears mit vernünftigem Klang. Im Lieferumfang ist noch ein kleines Hartschalen-Itui enthalten sowie diverse Ohraufsätze in verschiedenen Größen. Der Tragekomfort ist angenehm, sofern man den richtigen Aufsatz benutzt und auch nach längerem Tragen wird es nicht unangenehm. Am Kabel befindet sich eine Fernbedienung mit einer Taste für Play-Pause und zum Weiter- bzw. Zurückschalten von Lidern. Ein Mikrofon ist hier ebenfalls integriert, die Qualität davon ist nicht übertrieben gut, aber auf jeden Fall ausreichend. Und zum Wichtigsten, nämlich zum Klang. Der ist erstaunlich klar und ausgewogen, Bass ist vorhanden, aber nicht übertrieben stark. Für nur 20 Euro ist das wirklich gut und ich hatte schon teurere Kopfhörer, die nicht so gut geklungen haben. Alles in allem also ein gutes Headset für schmales Geld. Als viertes haben wir hier eine Powerbank von Aukey, die mit 20.000 mAh eine wirklich ordentliche Kapazität aufweist. Der Akku ist zwar nicht unbedingt der kleinste oder leichteste auf dem Markt, in Anbetracht der hohen Leistung geht das aber vollkommen in Ordnung. Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff, ist aber echt gut verarbeitet. Das Design ist zudem sehr schlicht, aber hochwertig. Über den Anschalter kann man die Restladung abfragen und eine integrierte Taschenlampe aktivieren. Zum Aufladen von Geräten stehen zwei USB-Anschlüsse mit jeweils 2,4 Ampere zur Verfügung. Die Ausgänger passen sich intelligent an die angeschlossenen Geräte an. Die Powerbank selbst kann entweder über ein Micro-USB-Kabel aufgeladen werden, da befindet sich auch eines im Lieferumfang. Alternativ gibt es für Apple-Nutzer aber auch die Möglichkeit, das Akku-Pack per Lightning zu laden. Das finde ich echt praktisch, da man somit nur ein Kabel für beide Wege benötigt, also ziemlich cool. Für ungefähr 26 Euro kann man mit der OK Powerbank auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Ich kann euch das Produkt definitiv empfehlen. Und als letztes Produkt in diesem Video haben wir einen Bluetooth-Lautsprecher vom Hersteller iAimer. Die Modellbezeichnung lautet iAM9. Dabei handelt es sich um einen outdoor-geeigneten, wasserdichten und stoßfesten Speaker, der für unter 40 Euro zu bekommen ist und gerade im Hinblick auf den Preis jede Menge zu bieten hat. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Lautsprecher noch ein Micro-USB-Ladekabel, ein 3,5mm Klinkenkabel und eine kleine Anleitung. Das Produkt macht einen wirklich robusten und wertigen Eindruck, zudem sieht das dunkle Grün in Kombination mit dem auffälligen Orange ziemlich cool aus. Hinter einer Abdeckung befinden sich die beiden Anschlüsse und recht besonders ein Micro-SD-Karten-Slot. Somit könnte man also Musik abspielen, ohne ein weiteres Gerät dabei zu haben. Ein Mikrofon, um die kleine Box als Freisprecheinrichtung zu verwenden, ist ebenfalls integriert. Für den Sound sind zwei 5-Watt-Treiber zuständig und die erledigen ihren Job wirklich gut. Bedeutet, dass der Klang kräftig und insgesamt hochwertig ist, sogar die tiefen Töne sind erstaunlich gut ausgeprägt. Natürlich kann der Lautsprecher nicht mit deutlich teureren Konkurrenten mithalten, aber man muss sowas ja auch immer in Bezug zum Preis betrachten und da kann ich nur sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut stimmt. Für nur 39 Euro gibt es daher auch hier eine klare Empfehlung. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich natürlich sehr über Feedback in Form von einem Kommentar oder einem Daumen freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Leute. Ciao.